terror gewinnspiele blöde rufnummern ruft nicht zurück wer weiß ob ihr nicht im ausland landet wie gesagt mich rufen seit monaten schon solche driss nummern an in der galerie habe ich die nummern beigefügt zum schutze für euch passiert euch das auch ist euch das passiert was macht ihr dagegen wie gesagt das sollen so blöde spams betrugsmaschen sein wie gesagt ihr könnt das ja meine kommentare eintragen und ja ich glaube mehr als block und nicht dran gehen kann man auch nicht also toy toy aus so 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 Untertitelung des ZDF, 2020